Ja, hallo, ich bin André Itjes. Ich mache hier die Sendung Urbanissimo, Gig Guide, unterwegs in der Großstadt mit Tide Radio und Tide TV. Da ist es spannend, jetzt wo gerade Corona Ausnahmezustand ist und ich ja eigentlich über Konzerte berichte und Bands live bei mir im Studio habe, wie man dann das Ganze umplanen kann. Und es ist spannend dann zum Beispiel zu entwickeln, dass man über Skype schalten Künstler ins Studio bekommt. Also da wird man flexibel und kreativ auf jeden Fall und muss sich anpassen natürlich, insbesondere wenn man sonst über Konzerte berichtet. Ich habe vorher ehrlich gesagt kein Skype gehabt und habe es mir einfach eingerichtet und bin eigentlich angefangen mit Telefoninterviews und da hat mir die Audioqualität auch nicht gereicht. Und meine Sendung wird halt auch im Fernsehen übertragen, da sieht man dann das Gegenüber auch nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil man jetzt sowohl ich sehe das Gegenüber als auch in der Sendung sieht man meine Gesprächspartner. Und die spielen teilweise auch kleine Sessions über Skype. Ich glaube, man muss ein bisschen drüber reden. Ich glaube, wir sind jetzt keine Experten, die Talkrunden zum Thema Corona machen. Aber ich glaube, in jeder Sendung ist das unterschwellig mit da drin, weil es ist ja jeder betroffen. Viele müssen zu Hause bleiben. Und da finde ich es gerade wichtig, dass auch Tide weitersendet und Programm macht sozusagen und flexibel auf die Zeit reagiert. Also jetzt nicht nur meine Sendung, auch der ganze Sender reagiert ja sehr flexibel. Ansonsten habe ich mit vielen Menschen zu tun, habe Bands da, die begrüße ich ganz normal, wie man Menschen begrüßt. Und dann habe ich Bands da, die ich aufbaue, wo ich Soundcheck mache, Aufbau mache, die dann live bei mir spielen. Da ist natürlich ganz enger Kontakt da. Und das fehlt natürlich jetzt komplett. Also ich habe auch keine Live-Gäste mehr, außer wenn mal jemand von Tide, der hier eh noch arbeitet, ins Studio zum Interview kommt. Das ist natürlich eine komische Situation. Man ist im Radio und Fernsehen live. Und im Fernsehen ist nur der Moderator zu sehen, der sonst immer Gäste hat, die im Studio stehen. Ich kriege tatsächlich auch gute Rückmeldungen. Leute, die das ganz, ganz toll finden, dass ich mich da nicht unterkriegen lasse, weiter sende und über Skype Leute zuschalte und auch das Thema ein bisschen aufgreife, auch mit den Musikerinnen und den Clubs und auch mit anderen Leuten aus der Branche quasi Interviews mache und dann diesen kleinen Bereich mir rausgreife. Ich meine, alles kann ich nicht leisten und ich bin auch kein Experte. Aber das ist halt, da bin ich halt so Szene-Kenner und kenne die ganzen Clubs, die ganzen Musiker und die sind auch froh, wenn sie neue Platten rausbringen, wo sie jetzt nicht auf Tour gehen können, auch nicht auf Promotour, dass sie Möglichkeiten haben, Interviews zu geben. Weil ich es wichtig finde, dass die Künstler auch unterstützt werden, dass die Clubs unterstützt werden. Ich habe halt auch einen Ticker, wo dann unten durchläuft, wie man die Musikerinnen und die Clubs in Hamburg unterstützen kann und habe auch das Thema Corona natürlich aufgegriffen, weil es ja irgendwie jeden betrifft, auch die Wirtschaft betrifft und habe mich dann aber natürlich auf die Hamburger Szene ein bisschen beschränkt und auf das Thema, was sonst in meiner Sendung vorkommt, also wie es die Branche betrifft. Also diese Skype-Geschichte habe ich jetzt ausprobiert und das werde ich sicherlich jetzt nicht in dem Maße, wie es jetzt ist, weil ich ja wieder irgendwann Live-Gäste haben werde, aber an und an werde ich das machen, weil jetzt ist es auch so, die Leute, die sind ja zu Hause, die sind alle verfügbar, die können alle per Skype zugeschaltet werden. Wenn die Bands wieder auf Tour sind und andere Termine haben, dann wird es wieder schwieriger. Aber vielleicht ist es einfach mal möglich, irgendwie aus einem anderen Land dann, wenn jemand eine Platte rausbringt, den per Skype zuzuschalten. Auf jeden Fall habe ich wieder festgestellt, dass ich mich dann auch anpassen kann an eine Situation, die vielleicht nicht so gut ist und wie es alle jetzt haben irgendwie. Also Corona und der Ausnahmezustand ist nicht nur negativ. Viele entdecken jetzt ganz neue Seiten, ganz neue, einige lernen eine Sprache. Also man hat auf einmal Zeit für ganz andere Dinge und kann sich mit anderen Dingen beschäftigen auf jeden Fall. Also man glaube, Krisen sind auch immer gut für Kreativität.